Ich würde natürlich wählen gehen, ja genau. Weiß ich noch nicht, ich glaube schon, aber schauen wir mal. Ja, sicher. Ich würde schon wählen gehen, aber ja, ich halte nicht sehr viel davon, sagen wir es so. Ja, ich gehe immer. Ja, klar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und ich hoffe, jede andere Österreicherin und Österreicher auch. Immer. Ja, ich gehe immer wählen.